Komm einmal in Easy Killgun, komm geh in den Kill. Bist ein Bot oder? Ich krieg ihn einfach nicht. Jetzt fliegt er einfach weiter. Nein. Tele ist markiert, an die Arbeit. Es wird ein Heli aber voll wutschig. Lul. Ich bin der Pilot. Freilich in Drohne über uns. Sticky Shots right here. Ich bin der Pilot. Jetzt komm mal. Die haben Heli bekommen. Ja. All gut, all gut, all gut. Wir haben Big Chilling. Schauen wir direkt Self-Revive, ja? Weil wir zu viel Lowdown sparen. Ähm. Ne, kauf dir, kauf dir, kauf dir. Ich, ich, ich warte einfach mal ab. Entschuldigung erstmal. Chukis hat viel Geld, ich renne mit ihm rum. Er wird ihn scoopen wollen, okay? Ja. Ja. Ja, trotzdem glaube ich Nerds. Die schießt auf meinen Heli. Aber I'm good. Er wird ihn scoopen wollen. Naja, ich scoop dich einfach. Wir fliegen mit denen mit. Ja. Schon ein bisschen Time Waste, das ist geil. Er erkennt den Dings. Komm rein hier, komm rein hier. Ja. Hast du Plates? Nee, aber ich kann gleich welche kaufen. Komm, 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 komm. Dann komm, dann komm. Er fliegt dahin. Pass auf, lass den Heli nicht da stehen. Ah, okay. Nein, die machen schon nix. Die sind weit weg, die sind weit weg. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Komm her. Ich kauf zwei mal ab. Ich hab ihn hingelegt. Get that chopper. Komm. Oh, komm. Komm, komm! Komm dort, komm dort oben. Komm dort oben, komm dort oben. Komm dort oben, komm dort oben. Ich bin der Pilot. Lass mich raus, lass mich raus. Geht aus, geht aus, geht aus, geht aus. Ich hab ihn. Wahnsinn. Waffe Hase. Joffi hier für's Ding. Ja, macht du drauf. Ob unter mir sind noch welche, unter uns. Ist es wohl? Was gehört da, ja? Ich seh nix. Scoop mich einfach. Einfach weg. Ich get self. Lass beide. Warte. Ne, wir haben nicht mehr. Komm her. Ich hab kein Geld. Ist irgendwie verpackt. Reicht das? Ja. Ja, we chillen. Wo wollen wir hin? Ich würd sagen, das ist Promenade und so, oder? Das war nicht. Ich bin die Pilote. Ich bin hier. Let's go. Nice. Das sind die Geeks. 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 Sein Teammitglied hat den Gulag betreten. Ein Überleben erlaubt einen erneuten Einsatz. Hier wird wahrscheinlich welche sein. Hier wird vielleicht welche kaufen. Wenn ich auch train was sehe. Bis jetzt noch nix. Die haben Loadout gekauft. Lass mich hier raus. Geh du hier raus. Ich lande dieses Piece hier vorne. Die sehen auch bisschen vergeekt aus. Die Cancel Sliden. Die gucken zu mir aber. Die haben mich geerstriked. Ich save den Heli. Heli ist gesaved. Ja, ich komme direkt zu dir. Ja, bei Train da oben. Ja, ich schlitze den. Juki ist tot. Wo ist er hier? Ich sehe ihn nicht, Bro. Er war da, er war da. Keine Ahnung. Komm kurz her, gib mir Platten und lass wegfliegen. Gib mir eine Platte oder so. Hab einer. Das sind normale Nerds. Ich habe ihn nicht. Ich hab ihn nicht. Ich bekle mir, du solltest. transfierst mich, also ist der Laufstrahlung. ob du Schraubstrahlung durchsignal. Ingenieur ist hier ein bisschen. Ich hab ihn nicht. Ach, das ist der Laufstrahlung. Ich habe ihn nicht überlegen. Ich bin immer schützt. Ich habe ihn nicht überlekt. Weak, lass uns aber wegfliegen, weil nicht, dass die den Heli kaputt machen, komm schnell Cluster, komm rein. Links haben die aufgeloadert geholt. Ich bin Enix, ich bin Enix, ich bin der Pilot, alles gut. Ich bin rausgejumpt. Lass die Holden von Dings, die von Storage kommen. Hast du noch Platten? Ja, zwei Stück, komm her, ich shop sie dir direkt, hier liegen. Hier oben ist auch noch ne Chest, ich nehm die mit. Hier ist noch mein Daddy Bro, to work with. Und ich kauf nochmal Platten, komm her, ich kauf. Ja, so. Du kannst ja auch kaufen, oder? Ja. Lass die Holden. Ja. Bleib du hier, ich get on the richtige Roof. Die sind da schon, die sind da hinten schon. One knocked. Schön, Bro. Ich seh einen. Ich hab einen Shootback. Oh, ich werd gebeamt von Storage, geradeaus, Westen. Ja, ich hieß fucking beamen. Selfrestig, Bro. Ja. Die anderen sind da links. Ja, die snipen. Oh Gott, das sind miese Nerds, Bro. Du musst auch einmal runter Platten kaufen. Ja, lass weg. Komm. Lass weg. Das Superstore oder so erstmal. Wir sind down 2, das heißt wir sind ab 17. Nehmen wir die Beifahrerseite. Wir chillen. Wir können ja nicht auf Superstore echt chillen. Ja, ja. Das ist ja chillen. Wir machen den Heli einfach kaputt. Ist auf dem Peak nicht zu hart. Ich muss deine Platten wegschießen. Einer ist hinterm Ding. Ich hab den Nockt. Ey, ich flieg da jetzt hin, Bro. Bleib du hier, ja. Ich flieg da jetzt hin. Obwohl, ne, Zone kommt eh. Zone kommt eh. Ich geh hier rechts hin. Rechter Angle. Angle fragt von rechts. Ein Nockt. Eisblech. Schön. Ich bin gefinisht. Schön. Ich hab meinen nur Nockt gehabt. Einer snipet da links. Da hinten. Genau markiert. Okay. Der muss jetzt auch oben. Ich peak nicht. Ich hab keine Platten nämlich. Ja. Ich hab noch 4. Der snipet wieder von links. Der snipet da wieder. Der muss jetzt Moven. Du erhebst deine Ausrüstungslieferung. Der Auto bestiegen. 3 im Auto. 1-Shot im Auto. 1-Shot im Auto. Und ein anderer push. Ich hab die. Du musst in Zone kriechen. Ja, ja, ja. Ich, ich, ich. Voll gut. Einer ist noch da unten. Ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut. Einer ist noch unter uns. Am, 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 am Kreucheln. Krieg ich, krieg ich zu, halt was auch. Ich weiß nicht, ob ich meine Fulls bekomme. Ich hab nur einen. Einer hustet nach unten. Gib mir meine Platten bitte bitte bitte. Und ammo, ammo hast du ammo, hast du ammo? Ja, hier. Hier, das ist alles, was ich glaube, jetzt hab ich null. Ja, das ist auch gut. Ich brauche nichts. Wurde angesnilt. Das ist der letzte von dem Team. Glaube ich. Der snipet da hinten hinterm Stein oder so. Es hat so einen Headglitch. Ich geh hier runter, Bro. Einer ist unter mir, unter mir, unter dir, unter dir. Pass auf. Unten, unten, unten. Main, Main. Bei dir, bei dir. Er ist hier. Nice, Bro. Wartier mal. Nice. Hast du Pläts oder Hemmungen? Ich brauche Platten. Ich brauche Platten. Ich brauche Platten, ja. Ich geh den hier kurz looten. Ich geh den kurz looten. Der wird auch was haben. Der hat auch noch Geld, ordentlich. Einen down, nur noch einen down. Gut. Ah, schau mir, guys, schau mir, guys. Hold yourself, hold yourself. Komm hier zu mir. Komm, hold yourself. Komm, hold yourself. Komm, hold yourself. Ich bin ja auch geil. Reviven. War miese Nerds, die Typen. Ich habe einen Kill, aber einfach nicht bekommen, toll. Alles gut, alles gut. Deine ist da reingejobbt. Genau hinter Leenden, unten rein bei ihm. Okay. Jetzt sagst du mal, willst du hier mal raus? Wollen wir mal so Airport und so gucken? Entschuldigung, da hoch gehen erstmal kurz. Okay, dann geht's. Ich setze mich hier einfach hoch. Okay, geh aufs andere Haus. Die sind im anderen Haus, Bro. Da bin ich mich auch noch. Doch, die sind da. Full Team. Full Team auf dem anderen Haus. Aber gut. Entschuldigung. Das sind Geeks auch, ja. Ohne Spaß, pass auf. Das ist überall nützlich. Er kann ihn aber direkt kaufen. Erst bei Flayer. Ich mach einen Run aus, Bro. Ja, geh weg, Bro. Ich hab Galo im Gulag. You're vibing, you're vibing, you're better. Behtum. DDF1G Ich hab verloren, Bro. Ich hab diesen Schalltyp. Super ownership, das istulum. Du, ein Reflection, mich Activit. Vielen Dank. Vielen Dank.